Am Arztberuf reizt mich, es sind mehrere Perspektiven. Die eine Perspektive ist, dass ich eigentlich seit dem Abitur wusste, dass ich was mit Menschen machen möchte. Ich wollte Verantwortung für andere Menschen übernehmen und dies in Verbindung mit einem möglichst naturwissenschaftlichen Fach, weil leider meine Stärken in der Schulzeit auch lagen und ich mich sehr dafür interessiere und aus der Verbindung quasi Verantwortung für eine andere Person, zu übernehmen und beim naturwissenschaftlichen Interesse habe ich mich dann dazu entschieden, Medizin zu studieren und ich finde es unglaublich schön zu sehen, dass man heutzutage abseits der kurativen Medizin auch präventiv viel leisten kann über Aufklärungsgespräche und quasi ohne in den Körper einzugreifen oder interventionell tätig zu werden mit den heutigen Methoden und dem Wissen einfach schon viel helfen kann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020